Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Tino Weißenrieder, dem Geschäftsführer der W&K Wirtschaftsberatung, über die Voraussetzungen für Immobilienfinanzierung ohne Eigenkapital. Laut aktuellen Studien träumen mehr als die Hälfte der Deutschen vom Eigenheim. Die tatsächliche Quote liegt aber deutlich drunter. Wie erklären Sie die Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Wunsch? Das ist richtig. Mit 45 Prozent ist die Eigenheimquote in Deutschland wirklich Schlusslicht im europäischen Schnitt. Andere Länder wie Spanien, Belgien haben sogar über 70 Prozent oder Polen sogar über 80 Prozent der Eigenheimquote. Die drei größten Gründe dafür werden ausgeführt mit immer mehr Singlehaushalten. Und ein Singlehaushalt hat halt weniger monetäre Möglichkeiten als jetzt ein Zweiverdienerhaushalt. Das zum einen. Als auch Urbanisierung der Städte. Also die Städte werden größer und in Städten selber ist der Wohnraum begrenzt und wird natürlich dann teurer. Und der dritte Punkt wird meist angeführt mit, die Leute kommen immer später in den Job und somit können sie natürlich später auch kaufen. Das sind eigentlich die drei Hauptgründe. Die Zinsen für Immobilienkredite sind immer noch sehr niedrig. Teilweise gibt es Konditionen unter ein Prozent. Woran bemisst sich denn die Zinshöhe beim Immobilienkauf? Die Zinshöhe hängt von mehreren Faktoren ab. Also einmal natürlich von der Zinsfestschreibungsdauer. Je kürzer ich festschreibe, umso günstiger ist der Zins. Und natürlich von der Eigenkapitalquote oder Sicherheiten. Also je mehr ich Eigenkapital mitbringe, umso günstiger kriege ich einen Kredit bei der Bank. In der aktuellen Zinsniedrigphase, was wir ja immer noch haben, ist es natürlich schon sinnvoll für die meisten Käufer, sich eine langfristige Kondition bei dem immer noch super günstigen Zinssatz zu sichern. Die größte Herausforderung beim Immobilienkauf ist ja die Finanzierung. Was sind denn so Kriterien von den Banken, um einen Kredit zu vergeben? Bestenfalls natürlich zu sehr niedrigen Konditionen. Okay, also einmal muss natürlich die Schufa sauber sein. Also der Kunde darf keine Altlasten mit sich bringen. Das ist das eine Thema. Und zum anderen eben die Bonität muss stimmen. Es muss ausreichend Cashflow da sein und am besten auch Eigenkapital. Beim Eigenkapital sagt man so landläufig ungefähr 20 Prozent, wenn man sich eine Immobilie anschafft. Gibt es denn auch Möglichkeiten, gar kein Eigenkapital mitzubringen und eine Vollfinanzierung zu erhalten? Also grundsätzlich ist es immer schöner, wenn Eigenkapital dabei ist, weil dann die Konditionen viel besser werden bei den Banken. Aber es gibt tatsächlich Kreditinstitute, die auch Vollfinanzierungen machen, sofern eben Schufa und Bonität passend ist. Und es gibt auch ein paar wenige Kreditinstitute, die eine 100 Prozent Finanzierung plus auch der Finanzierung der Kaufnebenkosten, also Grundbuchnotarmakler, mitfinanzieren. Und welche Vorteile bringt es jetzt bei der Finanzierung, einen Experten einzuschalten? Es bringt mehrere Vorteile. Im Normalfall geht der Kunde ja zu seiner Hausbank. Da ist natürlich immer die Frage, wie objektiv berät eine Hausbank den Kunden und ob wirklich da die Vorteile des Kunden im Vordergrund stehen oder nicht womöglich die der Bank. Deswegen sollte der Kunde tatsächlich eher zum unabhängigen Berater gehen, der auf viele Kreditinstitute Zugriff hat und somit eine objektive Meinung bekommen kann. Super, danke schön. Bitte schön.